In den Waldbrandgebieten in Griechenland und der Türkei ist die Lage weiterhin angespannt. In der Türkei lodern nach offiziellen Angaben aktuell 13 unkontrollierte Feuer. Nur für die Gegend um Antalya gaben die Behörden Entwarnung. In Griechenland wurden auch heute wieder Ortschaften geräumt. Besonders die Halbinsel Peloponnes ist von den Feuern betroffen. Bei Athen kam ein Brandhelfer ums Leben. In der Nacht zu Samstag wüteten in Griechenland die Feuer weiter. Besonders betroffen die Insel Euböa. Hier mussten mehr als 1100 Menschen mit Schiffen aus Küstenorten gerettet werden, weil die Flammen den Landweg versperrten. Der für die Insel zuständige Gouverneur setzte am Samstagmorgen über Facebook einen verzweifelten Hilferuf ab und forderte mehr Löschflugzeuge. Helikopter waren besonders an zwei Orten rund um Athen im Einsatz, auch heute Morgen. Hier nähern sich die Flammen der Hauptstadt Athen. Ministerpräsident Mitsotakis trat heute kurz vor die Presse. Die Situation ist heute ein bisschen besser als gestern. Wir müssen unsere intensiven Anstrengungen fortsetzen, damit wir die Waldbrände eindämmen und das Risiko eliminieren, dass sie wieder entfachen. Auch in der Türkei sind insgesamt 13 Brände noch außer Kontrolle. Zehntausende mussten fliehen. Auch Freiwillige bekämpfen hier die Feuer. Es mehrt sich die Kritik am Krisenmanagement. Wie auch in Griechenland. Der Vorwurf? Die Behörden hätten die Gefahrenlage lange unterschätzt, die sich aus den zurückliegenden heißen Wochen ergeben hat. Und damit weiter zu meiner Kollegin Nathalie Amiri vor Ort in Athen. Ja, die Behörden hatten eine weitere schwierige Nacht schon befürchtet. Wie entwickelt sich denn insgesamt die Lage in Griechenland? Ja, es war eine schwere Nacht in der Tat. Einmal auf der zweitgrößten griechischen Insel Evia, Olböa. Dort mussten über 1000 Menschen mit einer Fähre evakuiert werden. Es sind dramatische Bilder. Uns haben Bilder erreicht von der Fähre aus. Man sieht die gesamte Küste brennen. Die Brände auf Evia konnten bei Weitem nicht eingedämmt werden. Sie sind außer Kontrolle. Und sie durchkreuzen von Osten nach Westen die gesamte Insel. Das heißt, alle Menschen, die im Norden wohnen, können überhaupt nicht mehr Festland erreichen. Man kann sie gar nicht mehr evakuieren, außer über den Seeweg. Diese Feuer sind nicht unter Kontrolle zu bringen. Dazu muss man sagen, dass man nachts mit Hubschraubern und Löschflugzeugen nicht fliegen kann. Das heißt, in der Nacht werden den Flammen immer sich selbst überlassen. Oder den freiwilligen Helfern, die auf dem Boden mit Feuerwehr gemeinsam diese Feuer versuchen zu bekämpfen. Gerade in Attika ist es ihnen ein wenig gelungen. Die Feuer sind etwas eingedämmt worden. Noch weit nicht unter Kontrolle gebracht worden, aber eingedämmt worden. Nur, es gibt einfach viel zu wenig Löschflugzeuge, um diese Brände in ganz Griechenland, die gleichzeitig entflammt sind, einzudämmen. Sie beschreiben ja gerade die Schwierigkeiten, die Flammen und die Feuer zu beherrschen. Die Einsatzkräfte kämpfen gegenüber 150 Feuer im Land. Wie will man denn aber schließlich die ganzen Feuer unter Kontrolle bringen? Das ist das große Problem. Zum einen sind ja diese Brände entstanden durch die lang anhaltende Hitze und die darauf eintretende Trockenheit, die damit verbunden ist. Und es gibt hier kaum Luftfeuchtigkeit. Das ist enorm trockenes Klima. Und das ist natürlich der Nährboden für jeden Brand, für jedes Feuer. Und diese Feuer entstehen immer wieder in ganz Griechenland. Und wir waren gestern den gesamten Tag bis in die Nacht unterwegs in Attika, in den Vororten Athens. Und wir konnten es selber beobachten. Es wird ein Brand gelöscht und dann ziehen die Löschflugzeuge ab. Die Feuerwehr zieht ab, geht zum nächsten Brand und dort kokelt es aber noch. Und es gibt noch Funken. Und dann entsteht der Brand wieder aufgrund der Hitze. Es regnet nicht. Und die Löschflugzeuge sind aber abgezogen. Es gibt 75 Löschflugzeuge. Griechische Löschflugzeuge und Helikopter sind die offiziellen Angaben. Nur 15 sind aber im Einsatz. Und die Bevölkerung, deren kritische Stimme immer lauter wird, fragt, wo sind die anderen? Das Problem ist, dass sie nicht mehr nachkommen. Und dass es eigentlich diese Riesenbrandherde, wenn man sich von oben es ansieht, nicht gelöscht werden kann ohne diese Löschflugzeuge, ohne die Helikopter. Denn von außen kann die Feuerwehr nichts tun. Denn das Innere, der Kern, in dem sich ein eigenes Klima, ein eigenes Mikroklima des Feuers entwickelt, kann nicht gelöscht werden ohne Wasser von oben. Insofern stellt sich das auch in den kommenden Tagen als größte Herausforderung für die griechischen Feuerwehreinsätze dar. Sie sagen es, in der Bevölkerung gibt es mittlerweile Kritik, auch massive Kritik an der Regierung und auch dem Katastrophen- und Krisenmanagement. Was wirft man denn der Regierung in diesem Fall konkret genau vor? Es gab 2018 einen sehr, sehr schlimmen Brand, ein sehr schlimmes Feuer, in dem mehr als 100 Menschen umgekommen sind. Das ist ein kollektives Trauma hier in Griechenland. Die Regierung hat sich vorgenommen, dass man so wenig wie möglich Todesopfer beim nächsten Brand, bei den nächsten Feuern in Griechenland zu verzeichnen hat. Das ist ihnen gelungen. Bisher wurde ein Todesopfer gemeldet, ein 38-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann. Das ist aber nicht das Einzige, sagt die Bevölkerung, unsere Häuser verbrennen. Ihr müsst schon auch für mehr Vorsorge tragen. Ihr müsst mehr investieren in die Feuerwehrausstattung, in Helikopter, in Flugzeuge. Doch Griechenland kommt aus einer langen Finanzkrise. Griechenland kommt aus einer Corona-Krise wie weltweit. Und da war auch wenig Geld da, um zu investieren, genau in diesen Bereich. Und die Menschen verlangen jetzt aber in dieser Notsituation, dass es hätte stattfinden sollen. Und das ist das Dilemma, in dem sich auch die Regierung befindet. Sie haben zu wenig investiert. Löschflugzeuge sind enorm teuer. Und jetzt startet eben der Aufruf, der startet ja schon vor vier Tagen, an Europa. Bitte helft uns, wir schaffen das nicht alleine. Vielen Dank für diese Information, Nathalie Amiri nach Athen. Vielen Dank.